19. Kapitel Chaos Ich hatte mich selbst vergessen, zeitweise. Ich hatte vergessen, wie wert ich es bin, wie würdig, wie pur und rein. Ich hatte vergessen, als was ich geboren wurde, wenn ich mich fragte, ob mein Handeln, sein Handeln, rechtens ist. Ich hatte mich selbst vergessen, als ich begann zu zweifeln und ich habe Buße dafür zu tun. Meridys Castor, 1. Oktober 1978 Pass ja auf dich auf, Hermine, hörst du? In Ginys Stimme lag ein Hauch von Sorge und auch wenn ein freudiges Grinsen im sommersprossigen Gesicht der Gryffindor lag, konnte diese die eigene Ernsthaftigkeit doch nicht verbergen. Sie drückte Hermine fest und diese schlang nun ihrerseits ihre Arme um die schmalen Schultern ihrer Freundin. Werde ich. Erwiderte Hermine in Ginys weiches, rotes Haar hinein und als die beiden sich voneinander lösten, fügte sie hinzu, Grüß mir deine Eltern, ok? Wünsche Molly eine frohe Weihnacht und Arthur ebenso, tust du das? Bar Termine und seufzte leise in sich hinein. Es war eine Woche vor Heiligabend. Noch am Nachmittag würde der Hogwarts Express einen Großteil der Internatschüler zurück nach England bringen und so auch Ginny, Harry und Ron. Alle drei würden sie die Winterferien bei Familie Weasley im Fuchsbau verbringen, sich von Miss Weasley mit warmen Bratäpfeln und frischem Lebkuchen versorgen lassen, während Mr. Weasley in seinem alten Lehnstuhl saß und seine kühnsten Weihnachtsgeschichten zum Besten gab, die schönsten aus ganz England, wenn nicht zu der ganzen Welt, wenn man Harry Glauben schenkte. Es versetzte Amina einen Stich, ihre beiden doch gerade erst wiedergewonnenen Freunde nun für ganz zwei Wochen gehen zu lassen, an einen Ort zudem noch, den sie nur zu gerne selbst besuchen würde. Wie viele heilige Abende hatte sie im Fuchsbau verbracht, Miss Weasleys Weihnachtsbrat mit Rotkohl und eigens angebauten Kartoffeln in höchsten Tönen gelobt, mit Ginny den Weihnachtsbaum geschmückt und mit Ron und Harry Pfeffernüsse und Zimtsterne verschlungen, bis ihnen die Bäuche wehtaten, in den Ohren die grelle Stimme von Celestina war, die jedes Jahr aufs Neue aus Miss Weasleys altem Radio dröhnte. Wie viele Jahre hatte sie mit ihren drei engsten Freunden lange Winterspaziergänge durch den verschneiten Wald hinter dem Haus unternommen, war mit kindlich leuchtenden Augen durch das dichte Flockentreiben getanzt und hatte Schneeengel in den weichen Grund gemalt, bis sie mit rosigen Wangen und eisig zitternden Fingern zurück in die warmen Wände des Fuchsbaus gelaufen waren und die Hände um eine heiße Tasse dunkler Schokolade geschlungen hatten. Wie viele Jahre waren sie am Weihnachtsmorgen die gewundene Treppe des verwinkelten Hauses hinuntergeschlichen und hatten mit freudigen Gesichtern Berge an buntem Geschenkpapier aufgerissen, Schleifen gelöst und einander für die schönsten Geschenke gedankt, sich zu Hause gefühlt sicher im Kreis ihrer Liebsten, auch wenn draußen im kalten Wintermorgen weit entfernt dunkler Magie gelauert hatte. Wie viele Jahre war es so gewesen? Hermine wusste es nicht. Sie selbst würde an Heiligabend zu ihren Eltern nach London apparieren und den Rest der Ferien im Schloss verbringen, gemeinsam mit Millie und Draco, denn wenngleich die beiden sich nicht sonderlich gut verstanden, so waren es doch sie, die Hermine in den letzten Wochen am liebsten um sich hatte. Zwar hatte Ginny ihr angeboten, dass auch sie über Weihnachten nach Hause in den Fuchsbau kommen durfte, doch zum einen hat Hermine weder die Zeit gefunden, eine Aussprache mit Ron überhaupt in die Wege zu leiten, noch fühlte es sich richtig an, die Ferien im Haus der Weasleys zu verbringen, wenn sie wusste, dass etwas zwischen ihr und der rothaarigen Familie stand. Hermine wollte sich Ginny nicht aufdrängen oder in dem Wissen mit nach England kommen, dass Letztere und auch Harry sich womöglich zwischen Ron und ihr zerrissen fühlten. Ron und auch Hermine waren erwachsene Zauberer, da sollten sie beide doch wohl fähig sein, ihre Differenzen aus der Welt zu schaffen, ohne andere damit zu belasten, fand Hermine. Und Millies und Dracos Anwesenheit, die sie folgenden zwei Wochen beehren würden, waren eine denkbar gute Alternative, die sie gerne und dankbar annahm. An eben diesen Slytherin wandte sich Ginny auch jetzt. Über Hermines Schulter warf die Weasley Draco einen strengen Blick zu. Pass mir ja auf Hermine auf, Malfoy, sonst... Ginny deutete halb im Spaß, halb im bitteren Ernst auf ihren Zauberstab, der im Saum ihres Gürtels steckte. Draco schnaubte spöttisch, doch verstummte augenblicklich unter dem vernichtenden Blick, mit dem Hermine ihn bedachte. Als wäre er plötzlich nervös, senkte er den Blick und fuhr sich durch das helle Haar. Mach ich. Versprochen. Das belustigte Lachen zuckte in seinen Grübchen, doch seine Augen blickten der Gryffindor in reiner Ernsthaftigkeit entgegen. In Ginys Mina auf der anderen Seite steckte kein Fünkchen am Müsumont. Sie sah ihn bloß prüfend an und erwiderte ein scharfes Das will ich auch hoffen. Nur weil ich dich an Hermines Seite dulde, heißt das noch lange nicht, dass ich das hier, was auch immer es ist. In einer wie beiläufigen Geste deutete sie auf Dracos Hand, die auf Hermines Hüfte lag, weich und warm und die diese erst jetzt, da sie Ginys Blick folgte, bemerkte. In all der Aufregung um die nahende Weihnacht, die Verabschiedung von ihren wiedergewonnenen Freunden, war Dracos Geste wie untergegangen, doch als ihre Freundin nun skeptisch die Augenbraue hob, auf eine solch spöttisch belustigte Art, wie sonst nur Dracos zu tun, vermochte, realisierte Hermine, wie angenehm seine immer beständige Ruhe, seine stille Ausstrahlung war und wie sie ihr half, hinzunahmen, dass sie zum ersten Mal seit Jahren die Weihnachtsferien nicht mit ihren Freunden verbringen würde. Ein leises Lächeln, so unscheinbar, dass Dracos kaum bemerken konnte, auch wenn er so nah bei ihr stand, huscht über Hermines Lippen, als sie seine Hand durch den dicken Stoff ihres grünen Wollpullovers spürte. Ein Kribbeln breitete sich dort aus, wo Dracos Finger die dunkle Wolle und weiter unten den Bund ihrer Jeans berührten und die Wärme zog von seiner Hand aus durch ihren Unterleib. Sie konnte nicht verhindern, dass sich ihre ernste, traurige Miene zu einem leisen, aber glückseligem Ausdruck wandelte, als sie spürte, wie gut es sich anfühlte, so nah bei ihm zu sein. Doch Ginny hatte schon recht, was auch immer das hier war. Hermine hatte nicht den geringsten Deut einer Ahnung, was genau das hier war, was genau sie selbst und Draco waren. Seit dem Kuss im menschenleeren Gemeinschaftsraum war bereits eine geraumte Zeit vergangen, zwei ganze Wochen, um genau zu sein. Am Tag danach war Hermine Draco zunächst beschämt und in die Augen getreten, unsicher, ob er bereute, was zwischen ihnen vorgefallen war. Sie war früh am Morgen aufgewacht, früher noch als alle anderen, und hatte wachgelegen, an die gewölbte Kerkerdecke im Schlafsaal gestarrt, als würde sie die Antworten auf all die Fragen in ihrem Kopf im rissigen, steinernen Grund der alten Mauern finden. Dass sie etwas fühlte in Dracos Anwesenheit, war kaum zu leugnen. Dass da etwas war, das sich gut anfühlte, sie wärmte und auf den Boden der Tatsachen zurückbrachte, wenn sie sich in wirren Gedanken darüber verlor, wer sie hätte sein können, wäre sie nie eine Granger gewesen. Dass sie es mochte, bei ihm zu sein, seine Nähe zu spüren, ihren Körper an seinem, so dicht, dass sein Atem ihrer zu sein schien. Dass es ihr die hitzige Röte in die Wangen trieb, wenn er sie etwas länger als nötig mit einem seiner undeutbaren Blicke bedachte. Doch was war dieses Etwas? Was fühlte sie? Was ließ sie so spüren, bloß weil er in der Nähe war? Und was noch wesentlicher war, empfand er genauso. Spürte er dieses Etwas ebenso, wie sie es tat? War das möglich? Als Hermina an diesem Morgen in den weichen Kissen ihres Himmelbettes gelegen und mit den Gedanken fern gewesen war, hatte sie sich das Gehirn zermatert über die Antworten auf all diese Fragen. Denn obgleich der zarte Kuss mit Draco auf dem samtüberzogenen Sofa im Kaminfeuer beschiedenen Gemeinschaftsraum etwas in ihr geregt hatte, ganz tief in ihrem Inneren, wie sie es noch nie, nicht einmal bei Ron, gespürt hatte, obgleich es sich neu anfühlte, neu aber wohltuend, wie ein leichtes Ziehen in ihrem Unterleib, eine leise Hitze, ausgelöst bloß durch die leichte Berührung seiner Lippen auf ihren, obgleich sie sich selbst nicht eingestand, dass etwas tief in ihr nach mehr verlangte, mehr das Ziehen in ihrem Unterleib, mehr der leisen Hitze, obgleich all diesem, war da dennoch diese Unsicherheit, dieses Nichtwissen, wie es ihm ergangen war. Was er gefühlt hatte während diesem Kuss oder früher schon, als sie gemeinsam im Bett im Krankenflügel gelegen hatten, oder als er seine Hand in ihren Nacken gelegt hatte, vor wenigen Wochen nur, im gedämpften Licht des Zeitungsarchivs. Was er spürte, wenn er sie berührte, mit seinen Fingern über ihre Wangen strich, mit seinen Lippen über ihre, was er spürte, wenn er an sie dachte. Oder tat er das überhaupt? Dachte er an sie? Vor dem Einschlafen vielleicht, wenn er im Schlafsaal der Jungen zu Bett ging oder kurz nach dem Aufwachen, wenn die Welt noch zu grell war für die müden Augen, dachte er dann an sie? Galt sein erster Gedanke ihr an diesem Morgen nach dem Kuss? Oder bereute er eben diesen? War er vielleicht der Meinung, dass dieser niemals hätte passieren sollen? Wollte ihn rückgängig machen, stünde dies im Bereich des Möglichen? Chaos und pure Verwirrung hatten Hermines Kopf benebelt, kalte Scham ihre Wangen gerötet, entsprungen der Angst, dass der Kuss bedeutungslos und nicht weiter von Belang war für ihn. Hellwach hatte sie da gelegen, am nächsten Morgen, und ihren Gedanken nachgehangen, bis sie ihm mit gesenktem Blick entgegengetreten war. Doch als er, wie jeden Morgen, im Gang vor den Märchenschlafsälen auf sie gewartet hatte, lässig an die Gemälde behangener Wand gelehnt und ihr zur Begrüßung einen sanften Kuss auf die Stirn gehaucht hatte, waren alle Bedenken augenblicklich verschwunden und im vollkommenen Gefühl der Geborgenheit gewichen. Dieser einzige Geste, als er für einen winzigen Augenblick seine Hände in ihren Haaren vergraben hatte, um sie an sich heranzuziehen und seine Lippen so wohltuend an ihre Stirn zu legen, hatte gereicht, um alle Scham, alles Chaos aus ihren Gedanken zu verbannen, bis beides dem leisen, warmen Stechen in ihrem Bauch gewichen waren. Doch was auch immer dieses Stechen, dieses Ziehen war, es bildete ein Lächeln auf ihrem müden Gesicht. Ein Lächeln vor dem ersten Kaffeegranger. Ja, ist denn schon Weihnachten? Hatte Draco gewitzelt und Hermine hatte ihm einen gespielt verärgerten Klaps auf den Oberarm gegeben. Ohne darüber nachzudenken, was sie eigentlich tat, hatte Hermine ihn dann bei der Hand genommen und war mit ihm, begleitet von Millis lautem Quieken, zum Frühstück in die große Halle gegangen, hatte die überraschten Blicke der anderen Mädchen und Jungen auf den Korridoren ignoriert und war nur diesem warmen Gefühl gefolgt, hatte getan, was sich gut anfühlte und wenn eben dies die Nähe des einst so verhassten Draco Malfoy war, dann sollte es so sein. Doch wenngleich sie seine Anwesenheit mehr genoss denn je, seine Berührung ihr nach wie vor Gänsehaut bereitete und sie es liebte, seine große Hand in ihrer zu fühlen, so traute sie sich dennoch nicht, ihn darauf anzusprechen, das etwas, das sie waren, zu benennen, geschweige denn, ihn noch einmal zu küssen. Doch seine Nähe tat ihr gut und das war alles, was zählte. Heißt das nicht, dass ich das hier gut heiße? endete Ginny und warf sowohl Draco als auch Hermine selbst einen prüfenden Blick zu. Also stellt keinen Unfug an, solange ich weg bin. Denkt daran, Hermine! Bei ihren folgenden Worten bildeten sich nun doch ein belustigtes, trietzendes Grinsen in ihrem zuvor ernstblickenden Gesicht. Ich bin die Unvernünftige von uns beiden, also stell ja nichts Unanständiges an! Und mit diesen Worten zwinkerte sie schämisch, warf Hermine, die kurz leise und peinlich berührt lachte, einen sehr besäutsamen Blick und einen letzten gehauchten Luftkuss zu, mahnte Draco mit erhobenem Zeigefinger und hiefte dann ihren großen Schrankkoffer in einer der großen Testralkutschen. Hermine winkte ihrer Freundin und auch Harry, der just in diesem Moment den dunklen Wuschelkopf aus einem der geschwungenen Fenster streckte und ihr zum Abschied zulächelte, bevor sein Blick auf Draco fiel. Hermine atmete hörbar und erleichtert aus, als Harry das Kinn zu einem leichten, höflichen Nicken senkte, ein leises Einverständnis, das Hermine mit weicher Freude erfüllte, vor allem als sie sah, wie Draco die Geste nun seinerseits erwiderte. Unter Gelächter, Abschiedsrufen und leisen und lauten Gesprächen der Internatsbewohner rollten die Kutschen, gezogen von den gewaltigen, knochigen Testralen, den Hügel von Hogwarts hinab, bevor sie im leichten Schneeflockenwirbel verblichen und Hermine, Dracos Hand noch immer um die Hüfte geschlungen, zurück ins Schloss ging. Doch bloß, weil sowohl Hermine als auch Drake und einem wie beidseitigen Einverständnis keines ihrer Gespräche auf den Kurs vor zwei Wochen lenkten, geschweige denn einer von ihnen auch einmal Anstalten zu einem weiteren machte, bedeutet das nicht, dass sie einander aus dem Weg gingen, ganz und gar nicht. Viel mehr Zeit, als mit Millie verbrachte Hermine mittlerweile mit ihm, begleitet von wie zufälligen Berührungen seinerseits. Mal strich er wie nebenbei über ihren Armen, als sie gerade nach einem Artikel des Tagespropheten griff, mal streiften seine Finger in einer fließenden Bewegung die ihren, mal berührten sich ihre Oberschenkel, wenn sie beim Unterricht in ihren Bänken oder bei den Mahlzeiten in der großen Halle saßen. Jedes Mal, wenn seine Haut auf die andere traf, sie seine Berührung durch den dünnen Stoff ihres Shirts oder ihrer Jeans spürte, wurde er wohlig warm. Doch das war nichts im Gegensatz zu der Gänsehaut, wenn er den Druck ihrer Hände erwischte, wenn sie ihre Finger mit seinem Verflochten, wenn sie alleine waren, wenn er ihr zur guten Nacht einer verirrten Haarsträhne hinter das Ohr strich oder einen leisen Kuss auf ihre Stirn hauchte, die auch nur alsbald zu kribbeln begann. Obgleich keiner von beiden auf dem Kuss zu sprechen kam oder auch darauf, was genau sie beide eigentlich füreinander waren, so empfand Hermine das Gefühl, dass sie durch seine Berührung verspürte, doch als zu kostbar, als dass sie es je missen könnte oder wollte. Als er in diesem späten Abend am Beginn der Winterferien einen Tag nach der Verabschiedung von Ginny und Harry im spärlichen beleuchteten Zeitungsarchiv saß und lustlos durch die am Boden verteilten Zeitungspapiere blätterte, erhellte sich ihre Miene wie augenblicklich, als sie hörte, wie die silberne Klinke heruntergedrückt und die Tür mit einem unsanften Treten aufgestoßen wurde. An diesem Tag war sie Draco noch kein einziges Mal begegnet. Zum Frühstück war er nicht aufgetaucht, etwas, das Hermine mit einem verwirrten Stirnrunzeln und anschließendem Schulterzucken zur Kenntnis genommen hatte, wenn auch ein klein wenig enttäuscht, dass seine stichelnden Bemerkungen zu ihrem ungeheuren Kaffeekonsum an diesem Morgen ausblieben. Auch am Vor- und Nachmittag, als Hermine sich im Schlafsaal der Mädchen verschanzt hatte, allein mit sich und ihren Gedanken über sich selbst, Ron, Draco und die Kestor-Sache, war sie dem Slytherin aus gegebenem Anlass nicht begegnet. So war der Abend, für den sie beide sich wieder einmal zur Recherche verabredet hatten, wie ein Lichtblick in diesem Tag voller Gedankenchaos, als Draco nun in den Raum trat und seinen undefinierbar ausdruckslosen Blick, Dynamina auch jetzt, der sie sich näher gekommen waren, noch immer nicht deuten konnte, über die am Boden liegenden Zeitungen schweifen ließ. Draco! Hermines Stimme machte einen freudigen Hüpfer und sie sprang auf. Da bist du ja endlich, wo hast du den ganzen Tag gesteckt? Sie warb ihm ein Lächeln zu, griff seine Hand und drückte diese leicht. Über Dracos ausdrucksloses Gesicht huschte ein Grinsen. Es zuckte kurz in seinen leichten Grübchen und ermurmelte ein leises, amüsiertes »So stürme ich heute, Granger. Was verschafft mir die Ehre?« Hermine wusste, dass diese Frage rein rhetorisch und nichts weiter als Sticheln gemeint war und so verdrehte sie bloß die Augen und grinste selbstgefällig zurück, bevor sie sich abwandte. »Ich habe schon mal angefangen, aber nicht viel gefunden.« Sie deutete auf das Papierkaos zu ihren Füßen und ließ ein Geräusch erklingen, das wie eine Mischung aus Kichern und Schnauben klang. Auch wenn man von einem Pflaumen-Google-Hupf-Rezept von Celestina Warbeck einmal absieht. So heißt sie doch, oder? Diese Schlagersängerin. Miss Weasley hört sie immer, jedes Weihnachten. Kannst du dir das vorstellen?« Hermine lachte kurz und wollte sich schon wieder hinabknien zu dem Artikel mit dem Pflaumenkuchen und der Hexe mit der krächzigen Stimme, als Draco ihren Arm griff und sie davon abhielt, sich abermals dem Tagespropheten vor ihr zu widmen. Sie schloss die Augen unter den Wogen der Hitze, die sich, allein begründet durch die Heftigkeit des Kusses in ihrem Körper, ausbreitete. Sie erfüllte wie ein feuriger Hauch, wie eine flammende Welle, die alle Gedanken an Pflaumenkuchen und Zeitungspapier unter sich begrub, bis Hermine nichts mehr spürte als Dracos Hände an ihrem Körper. Fest und ohne jeglichen Deut von Sanftheit oder Zärtlichkeit rang ihre Lippen und Zungen um Kontrolle, bis es Hermine den Atem nahm und sie ein leises Keuchen in den Kuss erklingen ließ. Sie spürte Dracos Grinsen an ihrem Mund und quiekte leicht auf, als er sie mit beiden Händen an der Hüfte fasste, sie hochhob und Hermine ihre Beine wie aus einem Instinkt heraus um seinen Körper schlang, ohne dass einer von ihnen den Kuss unterbrach. Hermine spürte, wie sich ihre Wangen färbten und als sie Dracos Finger am Saum ihrer Bluse fühlte, war da wieder dieses Ziehen in ihrem Unterleib ganz tief. Wie ein Feuer überkam es sie, wie ein inneres Brennen, das nach Luft verlangte, spürte sie die Erregung jenseits ihres Beckens wie zügelnde Flammen, die durch ihren Körper zuckten, bloß genährt durch die streichende, aber bestimmte Berührung Dracos. Dessen Finger knöpften in sicherer Bewegung Hermines Bluse auf und als Draco seine Lippen von ihren lösten, um ihren Hals zu küssen, konnte Hermine ein leises gehauchtes Seufzen nicht unterdrücken. Sanft und forscht zugleich platzierte Draco weiche Küsse in ihrem Nacken, wie ein Band aus flammender Hitze, das sich von ihrem unteren Haaransatz aus bis hinab zu ihrem Schlüsselbein zog. Unter seiner Berührung begann Hermines Haut zu brennen und ein weiteres Hauchen ging über ihre Lippen, wie um dem Feuer in ihrem inneren Ausdruck zu verleihen. Sie vergrub ihre eigenen Hände nun ihrerseits in Dracos hellen Haaren, zog seinen Kopf wieder hoch zu sich hinauf und an ihre Lippen, versenkte sie beide in einem Nebel aus Flammen und Leidenschaft. Wie in einer beiläufigen Bewegung öffnete Draco ohne seine Zunge von ihrer zu lassen, ohne den heißen Tanz der beiden zu unterbrechen, den letzten Knopf ihrer Bluse und ließ den hellen, dünnen Stoff über ihre Schultern gleiten, offenbart Hermines in einen königsblauen BH gehüllte Brüste die Draco in streichender Bewegung zu massieren begann. Wenn dies überhaupt möglich war, wurde Hermine noch eine Spur wärmer, als wäre in diesem dunklen kleinen Raum mit einem Mal eine gleizende Sonne aufgegangen, nur für sie beide, nur für die hitzige Spannung zwischen ihnen. In Wellen überkam diese Hermine, begleitet von der Gänsehaut, die sich unter der Berührung von Dracos kühlen Fingern ausbreitete. ihrerseits fuhr die Slytherin nun seinen Hals entlang und friemelte am Saum seines engen Hemdes. Nur für den Bruchteil einer Sekunde, nicht länger als nötig, ließ Draco von ihren Brüsten ab, bevor Hermine den weißen, gebügelten Stoff über seine Schultern und Arme zog, wobei dieser zu Boden segelte, wo ihm keinerlei Beachtung mehr geschenkt wurde. Dracos helle, gut gebaute Brust schien im dämmerigen, goldenen Licht der einzigen Lampe des Raumes wie zu leuchten, als Hermine mit in Nervosität geweihteten Augen über seine festen Muskeln und hinab zu seinem definierten Bauchstrich und leise keuchte, als ihre warmen Finger über den kleinen, hellen Haaransatz strichen, der im dunklen Saum seiner Anzugshose verschwand und Hermine wurde heiß und kalt zugleich, als sie spürte, wie Draco den Kuss löste und ihrem Blick folgte. Unsicher sah sie ihn an, nicht wissend, was jetzt geschehen würde, was sie selbst geschehen lassen würde. Doch Draco ließ ihr keine Zeit, weiter nachzudenken, denn als seine Hände über den dünnen Stoff ihres BHs hinab zu ihrer Talie strichen, kribbelte die Gänsehaut auf ihrem Körper in jeder Pore, hinterließ eine angenehme, hitzige Spur genau dort, wo seine Haut sie berührte und abermals senkte Draco seinen Mund auf ihren, presste seinen Körper dicht an Hermines, so nah, dass kein Blatt mehr zwischen die beiden gepasst hätte. Und in dem Moment, in dem Hermines Finger aus gänzlich eigenem Antrieb den Weg zu Dracos Hosenknopf fanden, vernahmen beide zugleich ein lautes Klopfen von jenseits der niedrigen Tür und es war die Stimme von Madame Pings, die Hermine zurück in die kühle, kalte Wirklichkeit holte. Mr. Malfour, Miss Granger, die Bibliothek schließt in wenigen Minuten, bitte verlassen Sie das Archiv zeitnah. Der Bann der Hitze und des Feuers in Hermines Inneren war in dem Moment gebrochen, als sie die helle Stimme der Bibliothekatsaufseherin vernahm, die nur durch die zwei, vielleicht drei Zentimeter Holz der Tür, an die Hermine noch immer gepresst war, kurz zu lauschen schien und deren Schritte sich dann mit einem Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht wieder entfernten. Hermine konnte die Spur von Entsetzen, die augenblicklich den Weg in ihre Mine fand, nicht unterdrücken, als ihr Blick erst auf Dracos und dann ihren eigenen entblößten Oberkörper fiel und schnell hob sie die Finger von seinem Hosenbund fort. Sie versuchte ein erschrockenes Keuchen mit einem leisen Räuspern zu kaschieren, als sie sich bemühte, ihren Atem wieder zu normalisieren und das Chaos wieder in ihrem Kopf zurückkehrte. Was war gerade passiert? Wie war es soweit gekommen und viel wesentlicher, wenn Madame Pings nicht dazwischen geraten, sie mit dem Klopfen gestört hätte? Wie weit wäre Hermine gegangen?